Es ist jetzt 30 Jahre her, da bemühte ich mich, zu diesem Lied zu tanzen. Es ging nicht, aber da setzte eine tiefgreifende Veränderung in der Unterhaltungsmusik ein. Ein dunkles Element, etwas prickelnd Gefährliches mit einem nachhaltigen Einfluss auf unsere Kultur. Teenager sahen plötzlich nicht mehr wie ihre Eltern aus. Die Musik war heiß und roh und aufregend. Heute bringen wir Ihnen die größten Namen und die besten Songs. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017